Da sind so viele Häuser, die sind alle gruselig. Ich gehe zu dem auf der anderen Straßenseite. Vor 40 Jahren ermordete Michael Myers in der Halloween-Nacht drei Menschen. Seit dieser schrecklichen Nacht setzt er wieder in der psychiatrischen Anstalt, in Gefangenschaft. Ich habe jede Nacht dafür gebetet, dass er ausbricht. Wieso um alles in der Welt tun Sie das? Damit ich ihn umbringen kann. Der Bus hat den Unfall. Michael Myers ist entkommen. Er wird nach Reddenfield kommen. Nach Hause. Ich beschütze meine Familie. Ihr habt keine Alarmanlage, Karen. Mom, du brauchst Hilfe. Das Böse ist real. Wir fürchten diese Nacht nicht ohne Grund. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Auf der Straße ist es heute Nacht nicht sicher. Schnell, lauft nach Hause und bleibt drin! Michael! Er ist ein Mörder. Aber heute Nacht wird er ermordet. Hilf mir! Happy Halloween, Michael! Er ist ein Mörder.